So, okay, wir gehen jetzt alle hier drauf und drücken Leertaste. Ja, okay. Leertaste, Leertaste, Leertaste. Okay, alle Leertaste. 3, 2, 1. Ihr müsst spammen, ihr müsst spammen, so. Okay. Leertaste, Leertaste. Ja, Scherzig macht aber nichts. Oh Gott, da ist meine Poster. Wir kommen zu... Ich hab meine Leertaste gespammen. Zusammen mit Unge, Julian Bam, Timmit, Fufu, Miki, Papenplatte, Scherzig, Rezo und Gnu. Und ja, ich weiß, Leute, das war gerade sehr schnell aufgeteilt. Ist mir aber etwas egal. Und Leute, das Ganze wurde live erspielt auf Twitch. Also, falls ihr mir noch nicht auf Twitch folgt und meinen Livestream von mir sehen wollt, dann klickt ihr einfach auf den ersten oder zweiten Link in der Videobeschreibung oder sucht auf Twitch nach Maxify, dann werdet ihr mich auch finden. Und Leute, wenn euch das Video gefällt, könnt ihr natürlich gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da lassen. Es hilft unglaublich viel und dauert noch ein paar Sekunden. Und ja, ich würde sagen, lasst uns anfangen mit den übernallsten Runden mit, by the way, Voice Chat. Ja. Let's go. Wer hat welche Schlüssel? Gar keiner. Ja, 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 ja. Hallo, Rezo. Hey, lass mal hier was machen. Wo bist du? Ich komme, ich komme, ich kann mich aber nicht scannen. Ja, ja, ja. Scann du dich. Ich habe keine Aufgabe. Es ist Miki, es ist Miki. Wirklich Miki? Er hat zwei Sekunden für die Rakete gebraucht. Müsst ihr unten ins Lab? Wollen wir runter? Lass unten ins Lab. Lass zusammen. Oh, aha. Miki, was machst du hier? Miki ist der Postal. Miki ist der Postal. Wenn ihr mit Stiftwatter, wie viele sind wir, wir sind drei, sechs, oder? Ey, so viele wie wir sind, können wir auch einen Imposter killen, oder? Ja. Miki, hopp ab, schnell. Miki, lauf weg. Verfolgt ihn. Miki, wartet hier. Miki, oh, Miki will gerade bestimmt sabotieren. Hört ihr Miki? Nein. Ah, Miki hat sabotiert. Oh, okay, da sitzt. Ey, nein, 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 lass doch. Lass mich aufeinander stehen. Ja. Geht's ihm nicht? Maxi? Ja? Ja, ja, warte, warte, warte. Wir sind alleine unterwegs. Wir sind alleine unterwegs. Okay, okay, okay. So, keiner tot. Niemand gestorben, Ehre. Ey, wie soll ich das nicht mal sehen? Ich müsste Miki sagen. Ich muss eine Sache mitteilen. Aber ich muss erst mal, er hat den Kopf gerissen. Wir waren die ganze Zeit eine Gruppe, sind unten lang gelaufen und Miki ist immer, immer vor uns gewesen und hat dann irgendwann gestoppt und dann war auf einmal fix light. Sehr guter Call. Ich habe auch ein bisschen gecallt und zwar hat eine Poster, eine Poster hat sich verraten und zwar hat ein paar Platte, habe ich gefragt, bist du Imposter? Er hat gesagt, ja. Au. Au, scheiße. Raus mit dir. Scheiße. Ich war dabei, ich war dabei. Da hat auch ein Fehler gemacht. Okay. Das geht man erst mal beobachten, oder? Ja, war dumm, Zeug. Das haben jetzt Miki rausgevotet. Das ist ja auch nicht schlimm. Wer hat denn noch nicht gevotet? Ey, Miki. Ah, Miki. Ah, ja, dumme Leine. Was ist denn mit Miki? Sag mal, warum? Ey, wir hatten das gemacht. Und jetzt noch Papa Platten, haben einen Speedrun gemacht. Geil. Hi, Fufu. Bleiben wir zusammen? Ich muss hier runter. Was du musst gerade machen? Ich habe jetzt einen Download. Musst du auch was machen? Was ist auf einmal so still? Ja, weil Gnu nicht mehr da ist. Oh nein. Ich bin hier. Maxi, alles gut? Ja, ja, ist alles gut. Komm, wir bleiben zusammen. Wie soll ich das machen? Wie soll ich da was schaffen? Wie soll man da? Ich muss irgendwie jemanden kehren. Wir bleiben nicht zusammen. Ich bin keinem Wasser. Ich habe nichts gesehen. Das ist jetzt schon das Hass, weil ich weglaufe. Schon das Hass. Da ist jemand tot. Wie soll ich das jemals jemanden kehren? Ich versuch was. Let's go. Popp. Sorry, ich werde so verkacken, Alter. Oh. Das war nicht, das war nicht. Das war nicht. live-lens. Pufu. Pufu. Rot ist tot. Ich habe es an Menschen gesehen gerade. Ja. Pufu. Rot ist tot. Live-lens. Ich wollte die Leiche suchen. Ich wollte die Leiche suchen. Ich habe es selbst. Rot ist tot. Rot ist tot. Puuu. Hallo, meine lieben Freunde. Ich habe einen live-lens gesehen. Ja, habe ich auch gesehen. Keinem tot ist. Aber hast du einen Kill im Moment gesehen? Oder hast du erst gesagt, dass es die Tufa war? Nein, nein, nein. Genug. Und Maxi, wo wart ihr? Bei Onge und, wer war noch dabei, bei Sterzi. Wo war das denn? Ganz unten links. Aber ihr kamt doch gerade aus Labor, die beiden, oder nicht? Hand in Hand. Genau, das sind... Nee. Labor war ich nicht. Nein, nein, Labor war ich nicht. Ich hab ne wichtige Info. Ich hab ne wichtige Info. Ich war gerade in Lifelines, bin kurz in den Stein nach oben gelaufen und dann kam mir Gnu. Aber wir müssen doch erstmal herausfinden, wo die Leiche liegt oder nicht? Ja, ich weiß, wo die Leiche liegt. Und zwar in Lapp. Ja, wo denn? Ja, stimmt. Ich habe Kevins Leiche gesehen. In der Nähe von Kevins Leiche waren auch Gnu und Sterzi und ich, als wir die gefunden haben. Dann haben wir gesagt, wir fangen uns auf und suchen den Mörder. Bis jetzt haben wir nicht gefunden. Ich glaube, Simon, ich bin absolut... Hallo! Ich hab... Alter! Warte, warum? Ich hab gar nichts gesagt. Ey, auch krass, dass Papa Platte tot ist. Es ist so schwer. Ich muss nach oben rechts weg. Wer kommt mit? Wer kommt mit? Komm mit. Nach oben rechts, Omo, musst du auch nach oben rechts. Ich komm mit, ich komm mit. Warte, warte, wer geht denn da weg? Wer geht denn da weg? Wer ist sonst... Wer war das? Hellblau ist weggegangen. Ich hab hier oben noch mein Reagenzglas abgeholt, sorry. Oh, oh, wir haben uns getrennt. Warte, lass uns zusammenbleiben. Wir warten, wir warten. Ey, guck mal. Ich muss kehren. Ey, trennt euch doch nicht. Das Licht aus war, hab ich euch nicht mehr genau gesehen. Ja, aber ich bin runtergedüst zu den anderen, weil die dort alle zusammen waren. Genau, schau mal kurz. Okay, kommt. Wie sind sie zu fünft, ne? Ja. Er hat als allererster, dass die Lampen am Arsch stehen. Das heißt, der Team ausgeschaltet und hat da gewartet. Ja. Ich glaub, der ist nur ein bisschen Brain-AfK. Meinst du? Meinst du? Wirklich? Ja. Oder er ist halt Ultra-Steel, ne? Er ist halt Super-Steel. Ja, warum? Ich glaub, der ist wirklich mehr Brain-AfK als alles andere. Okay. Wollen wir... Okay. Okay. Okay, Leute. Okay. Ey. Oh Gott. Scheiße. Ey, wir können nicht... Sack es, Riso. Sack es. Ganz kurz. Es können nicht sein, du, ich, Maxi? Ja, ich war auch da. Maxi. Und Schwerzig? Fufu war auch da. Fufu war auch da. Wir waren zu fünf wieder. Unge und Micky. Ja. Nur Unge und Micky bleibt wieder. Ich war's nicht. Ich war bei Unge. Er hat dann Piu-Piu-Piu gemacht. Du war nicht bei mir. Bei Piu-Piu waren wir auch zusammen. Aber dann nicht mit. Ich war am Ende bei Micky am Zaun. Ui. Und wir wollten mich an den Zaun locken. Und Micky wollte mich durch den Zaun abstechen. Ich glaub... Das stimmt nicht. Ich wollte ja, dass du kurz an den Zaun rankommst. Ich wollte mich mit dir unterhalten. Micky? Keiner faft. Ja, das ist kein Problem. Das wär schön. Wenn Unge auf mich aufpasst. Zwei Leute bei Micky. Zwei Leute bei Micky. Ja, bitte. Ju, bist du bei Micky? Nee. Hey. Ich hab Angst. Du. Maxi und Fufu. Könnt ihr bei Micky sein? Maxi und Fufu. Könnt ihr bei Micky sein? Also das ist... Ja, also... Es braucht keiner bei Micky sein. Hä? Der arme Micky. Oh, wie schön. Oh, herrlich. Okay, wer bleibt jetzt bei Micky? Zwei. Genau, bei Gnu. Warte, warte. Wer bleibt bei wem? Hier. Okay, ich kann bei Fufu. Ich bin nicht nur zu zweit. Ja, komm. So. Okay, wir gehen jetzt alle hier drauf. Und drücken Leertaste. Ja, okay. Leertaste, Leertaste, Leertaste. Okay. Okay, alle in Leertaste. Zwei, eins. Okay. Leertaste, Leertaste. Oh Gott, da ist jemand im Pasta. Das war Gnu. Das war Gnu. Das war Gnu. Warte, ich hab meine Leertaste gesehen. Der hat das nicht gesehen. Das war Gnu. Das war Gnu. Hä, wird mich verarschen. Das war Gnu. Das war Gnu. Das war Gnu. Gnu, Gnu war das. Gnu, Gnu war das. Gnu hatte sich teleportiert genau auf die Leiche kurz. Ich war's nicht. Das war hundertprozentig Gnu. Ich war's nicht. Ey, das war so Gnu. Es war so Gnu. Nein. Ich war's nicht. Ich hab nicht mal hingeguckt gerade. Aber... Es war... Ohne Scheiß. Habt ihr's nicht gesehen? Seid ihr blind? Ich hab nur Gnu gesehen. Das war so obvious, dass es Gnu war. Ey, das ist euer Ernst jetzt, oder? War das nicht so safe? Ich hab das so sicher gesehen. Ey, nein. Was soll ich denn? Ich war's nicht. Ey, Leute. Ich kann nichts machen. Also einem müssen wir so oder so rauswoten. Ich würd jetzt Juwoten. Mich? Hä? Wieso mich? Was? Wieso Juw? Juw war's nicht. Ich soll's doch schaffen. Das ist so schwer. Die laufen jetzt alle zusammen. Ey, warte, 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 warte. Ich hab noch einen im Post ab. Warte, warte, warte. Wer hat noch Aufgaben? Stopp, stopp. Wer hat noch Aufgaben? Ich hab noch eine. Ich hab noch eine. Ich hab noch eine. Ich muss hier unten durch Specimen durch. Ich hab Specimen? Okay, wir gehen jetzt mit Sterzig mit. Alle mit Sterzig. Alle mit Sterzig. Ich führ an. Oh Gott. Alle hoch, alle hoch, alle hoch. Wir teilen uns auf. Wer kommt gleich? Wir haben ein richtiges Problem. Ich geh nach links. Ich geh nach hier oben. Das wär voll dumm, wenn du mich umbringst. Ja, ich weiß. So, bring mich bitte nicht um. Wen soll ich sonst umbringen? Weiß ich nicht. You? Du? Alles Gutes. Alles Gutes. Okay, jetzt zu meiner Aufgabe. Ja, komm. Komm, wer mit mir mit? Noch jemand? Wir teilen uns nicht auf. Wir brauchen unbedingt die Gruppe jetzt. Ja, ich wollte zu dritt rumlaufen. Nicht zu zweit. Ich muss jetzt hier rein. Weg von mir. Alle Abstand halten hier. Und weiter, weiter, weiter. Licht aus, Licht aus. Einer fehlt, einer fehlt. Einer fehlt, einer fehlt, einer fehlt. Dann lass trotzdem weiter. Nein, 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 ich hab meine Aufgabe gemacht. Dann kommt doch. Warte, wer ist weg? Einer fehlt oder nicht? Ich seh nicht. Wo ist die Aufgabe? Ich hab meine Aufgabe fertig. Wie? Ja, oben in dem Dekontaminierungsding. Deshalb war ich doch weg. Okay, dann lass nach links. Hat irgendwer noch hier ne Aufgabe? Nein. Ich, ich nicht. Lass nach links. Muss nach links. Wie soll ich das machen? Ich check's nicht. Okay, wir reden alle. Die ganze Zeit. Ja, okay, wir reden, wir reden. Bis jemand tot ist. Ich spam einfach die ganze Zeit Report-Knopf. Nee, mach das nicht. Nee, mach das nicht. Genau. Stimmt, okay. Dann sind wir vielleicht was nicht. So, wir gehen jetzt erstmal zu Line. Zum Licht. Oben. Hier, hier. Hallo? Maxi, was? Maxi! Das war Ju. Das war Ju. Ich hab die nicht gekillt. Nee, 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 nee. Ich war oben bei euch. Fufu, Static, ich war bei euch oben. Habt ihr's nicht gesehen? Ich hab das gesehen. Maxi. Maxi, ich hab doch gesagt, bring Ju um. Maxi. Warum willst du mir das jetzt anhängen? Ach, wieso? Ich hab gekillt. Nee, ich kann's nicht gewesen sein. Ich war die ganze Zeit von Anfang bis Ende immer mit Gruppen unterwegs. Du war... Maxi, safe. Ich war's nicht. Ich wollte ihn jetzt auch. Es macht mich traurig. Ich hätte nicht gedacht, dass du ein Imposter bist. Ich traurig, Maxi. Ich muss grad sagen, ich hatte unsere Gruppendynamik echt gut. Und das war sehr passiv. Das hat sie sonst machen. Vote für dich selbst, Maxi. Vote für dich selbst einfach. Mach das einzig richtig. Fufu, wollen wir nicht einfach für Ju voten? Okay. Ich geh auch für Ju. Ja. Hey, warum? Okay, wenn wir jetzt immer noch leben, dann haben wir ein Problem. Na, ich glaub... Na, ich glaub... Und ich würd sagen, das hast du mit dir. Hab euch lieb. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.